»Ich hab dir Juvetsch mitgebracht«, sagt sie und wuchtet ihren Rucksack von den schmalen Schultern. Dann stellt sie ihn vor Nowitsch auf den Boden, öffnet ihn und kramt eine Thermoskanne daraus hervor. »Ist vielleicht sogar noch ein bisschen warm, wenn du zu Hause ankommst. Wenn nicht, musst du es in einem Topf aufwärmen. Wage es bloß nicht, das in die Mikrowelle zu stellen.« »Danke«, sagt er, »Juvetsch, großartig.« »Ist mit Rosenpaprika.« »Mmm«. Noch so eine Erinnerung an die Vergangenheit. Aber keine, die es je in irgendwelche Geschichtsbücher schaffen wird, nichts, dem jemals irgendwer ein Denkmal widmen wird. Wie das, was mit ihren Eltern passiert ist. Untergegangen in der Statistik, für niemanden sonst von Belang. Die Geschichte ist eine merkwürdige Sache, in der Tat. Im Gedächtnis bleiben auf lange Sicht immer nur die Täter. Jeder kennt einen Hitler, Stalin, Alexander den Großen oder Genghis Khan. Aber die Opfer? Statistiken, eine namenlose Zahlenkolonne. Allzu schnell vergessen. Sie setzt den Rucksack wieder auf und stellt den Kragen ihrer Lederjacke hoch. Dabei fällt Nowitschs Blick auf einen kleinen, runden Anstecker, den sie am Revier ihrer Jacke trägt. A-C-A-B steht da in gelben Buchstaben auf schwarzem Grund. Er hat diese Buchstabenkombination in letzter Zeit öfter gesehen. Im Stadtteil Connewitz, wo Romana in einem besetzten Haus wohnt, steht es fast an jeder Hauswand. All cops are bastards? fragt er und deutet auf den Button. Alle Bullen sind Schweine. Sie sieht gar nicht hin, sondern lächelt ihn nur an. Sie ist sehr hübsch, trotz der Metallringe in ihren Nasenflügeln. Hübsch war sie schon immer, aber die Ringe sind neu. Der Anstecker auch. Nicht meine Schuld, dass du dich zu einem Schergen des Systems hast machen lassen, sagt sie und drückt liebevoll seine Hand. Nowitsch schaut sie an und versucht einen Moment rauszukriegen, was davon sie ernst meint, trotz ihres Lächelns. Er überlegt. Stimmt, ist nicht deine Schuld. Aber ich wüsste halt nicht, was ich sonst machen sollte. Das bringt sie zum Kichern. Ja, sagt sie, das wüsste ich allerdings auch nicht. Nirgendwo sonst würden sie einen einstellen, der freiwillig so eine bescheuerte Mütze trägt wie du. Also, warum wolltest du mich sehen, Milo? Er zieht etwas unter seiner Jacke hervor. Es ist das Foto von Paula Lamat. Das, auf dem man ihr Gesicht gut erkennen kann und sie den verwaschenen, roten Pulli trägt. Das, auf dem sie für ihre todkranke Mutter lächelt. Nicht das andere mit dem Sport-BH. Sie heißt Paula, sagt Nowitsch, ist von zu Hause ausgerissen. Sie hat eine Weile auf der Straße gelebt und... Sie hat? fragt Romana, aufmerksam wie immer. Heißt das, sie ist... Tod? Nowitsch schüttelt den Kopf. Hoffentlich nicht. Sie wird vermisst, seit Anfang Dezember. Wir suchen sie. Warum lasst ihr das Bild dann nicht in der Zeitung abdrucken? Dich würden sie auch nehmen bei der Polizei, weißt du? Sagt Nowitsch. Und es ist ein voller Ernst. Auch wenn sie die Ringe dann wahrscheinlich rausnehmen müsste. Sie lacht nur. Also, warum? Wir glauben, das heißt, ich glaube, es könnte den Täter alarmieren und auf sie aufmerksam machen. Wir suchen sie als Zeugin in einem Mordfall. Verstehe. Und nun denkst du, dass sie bei uns untergekommen ist? Bei uns, denkt Nowitsch. Bei uns. Dort, wo manche Häuser Sprengfallen enthalten und lose Treppenstufen, für den Fall, dass die Polizei eine spontane Razzia macht. Auch das ist eine Errungenschaft der letzten Jahre. Fronten, die sich bald verhärten werden, wenn das nicht schon längst passiert ist. All Cops are Bastards. Und das ist nur der Anfang. Sie lebte in den letzten Wochen auf der Straße, sagt er. So viel wissen wir. Und sie muss irgendwo geschlafen haben. Vor allem bei dieser Kälte. Ich dachte, vielleicht bei euch. Uns gehen nämlich allmählich die Möglichkeiten aus, wo wir noch nach ihr suchen könnten. Romana betrachtet das Foto noch einmal aufmerksam. Kneift die Augen zusammen. Vielleicht, um sich vorzustellen, wie das Kind mit einer anderen Frisur aussieht oder vielleicht einem Piercing in der Augenbraue. Dann schüttelt sie den Kopf. Das Bild ist schon über zwei Jahre alt, erklärt Nowitsch. Tut mir leid, sagt Romana. Hübsch, die Kleine. Sieht außerdem wie ein liebes Mädchen aus. Nicht unbedingt die Sorte, die es besonders lang bei uns aushält. Verstehe, sagt Nowitsch, sichtlich enttäuscht. Sie ist vierzehn. Ich dachte, vielleicht war sie mal in einer WG oder so. Und du erwartest, dass ich ständig in allen WGs ein- und ausgehe, oder wie? Nein, sagt Nowitsch. Aber vielleicht bist du ihr ja mal zufällig über den Weg gelaufen, auf einer Party oder so. Bedauere, meint Romana. Aber dann greift sie doch nach dem Foto. Kann ich das haben? Nowitsch gibt es ihr. Sie ist erst vierzehn, sagt er noch einmal. Und Romana nickt, während sie einen letzten Blick auf das Foto wirft. Dann steckt sie es weg.